Hallo, willkommen auf YouTube Tonight. Ihre Gastgeber sind Sarah und Klaus. Ja, und als erster Jut, über den wir heute bewerten, steht Creative Germany. So, wir bewerten mit 1 bis 10, bereden wir doch mal. So, da haben wir das Video mit dem Hund, der da was ganz Böses tut. Ja, mehr sagen wir darüber nicht. Schaut's euch also an und genießt es. Ich sage mal 7 oder 9 Punkte. Was sagst du dazu, Sarah? Ich sage mal 8. Okay, Creative Germany bekommt die Bewertung Trommelwirbel bitte. 8 herzlichen Glückwunsch. Warnung, diese Show versucht keinen gefährlichen, dötlichen oder sexuellen Inhalt zu zeigen. Falls doch, dann entschuldigen wir uns dafür. Diese Show wird von 111 MIPA gesponsert. Danke dafür. Ja genau, danke. So, das war's erstmal für heute. Bis zum nächsten Sonntag, bis es wieder heißt, YouTube Tonight und gute Nacht. Yee-haw! Yee-haw! Tschüss! Sie, ich weiß, wie das sind. So, das war's erstmal für heute. So, das war's denen. So, da war's wäre es, wenn wir uns. So, das war's in dem Moment. Wo jeden Tag. So, da war's für heute. So, das war's. So, das war's für heute. So, da war's für heute. So, da war's für heute.